das ist der wahrscheinlich beste mercedes benz den ich hier gefilmt habe er hat raptor lack das kann man jetzt nicht so gut sehen denn es regnet in strömen er kommt aus österreich ist da gebaut worden das fahrzeug natürlich aus deutschland es ist ein v6 allrad kommen kurz mit er hat sperren mit drin das werden wir gleich mal kurz erfahren was er alles so kann denn wir haben den bauer haben wir hier mit dabei und er ist von mule vans hier vorne ist es drauf denn er ist absoluter pferdeliebhaber und das wichtigste war ihm einfach er wollte ein fahrzeug kreieren das so unauffällig ist ohne fenster das zeigen wir gleich mal wenn du mal kurz mal mit kommst wir gehen wir gerade darum um komplett mit raptor lack und zwar das ganze auto ringsrum mit raptor lack aber das besondere dabei ist der raptor lack ist eingebrannt das bedeutet der hält wahrscheinlich länger als das auto er ist schwarz er ist auch dadurch unglaublich ist aber auch resistent wenn man ihn wäscht das ist nämlich oft das problem weil bei viele gehen hin waschen ihn anschließend da gibt es große probleme das weiß er es ist ein outdoor mensch der ihn fährt so viel kann man sagen er hat viel zu tun mit pferden es ist eine große top loader waschmaschine mit drin so viel können wir sagen es ist ein platz innen drin es ist ein durchlauferhitzer zum duschen drin also nichts ist hier von der stange master volt 400 ampere stunden es kommt noch eine große reling oben drauf die werden wir auch noch zeigen wenn sie fertig ist mit bildern es hat eine geländegängigkeit die wirklich ganz erhaben ist du bist der nick fischer hallo nick grüß dich hallo sven ja mule vans das ist dein projekt und du hast geschrien weil da wäre jetzt normalerweise auch noch die dach reling wäre drauf gewesen aber die fläche es hat nicht geklappt es hat leider mit den lieferzeiten momentan nicht geklappt dank corona und dem suez kanal ist es mit den lieferengpässen momentan horror es kommt eine reling oben drauf mit einer sitzfläche von 1 meter 30 auf der dachklimaanlage das heißt die ist auch in der mitte geteilt du kannst dann die heckbank sozusagen hochklappen und hast eine sitzfläche oben kannst dann den lagunertisch der dann auch im cockpit vorne einsteckbar ist mit hinauf nehmen und kannst dann oben auf gemütlichen 3 meter 50 die sonne genießen und den ausblick keine fenster das war das konzept deshalb weil ich doch öfters in die städte fahren muss auch einmal wo übernachten möchte wo man mich nicht erkennt es ist auch eine wärme technische entscheidung gewesen da man über die fenster halt doch einen gewissen wärmeverlust hat auch der isolationswert von jetzt mal ganz ehrlich es ging dir darum wir haben eine besondere situation auch in österreich das ist ein büro mobil das ist kein mobil richtigen es ist ein lkw es ist ein mobiles büro ich traue mich sagen dass erste in diesem ausmaß es ist ein 34 zoll monitor verbaut in 5k auf wunsch gibt es auch einen 32 zoll also color age monitor für fotografen er ist bezahlbar das ist das coole wir haben ja vor kurzem ein fahrzeug gedreht mehrere hunderttausend euro er liegt natürlich über hunderttausend euro weil es ist allein schon das basisfahrzeug kostet glaube ich 80 90.000 euro das basisfahrzeug kostet jetzt in vollerstattung wir bieten es ausschließlich in vollerstattung an 75.000 netto brutto allerdings ohne nova weil es ein 4 19 ist wenn es ein 3,5 tonner sein soll also ein 3 19 dann käme in österreich auch noch die nova dazu allerdings fällt das bei uns nicht ganz so ins gewicht da unser kundenstock eigentlich ausschließlich unternehmen sind freelancer sind das jetzt ein dreieinhalb tonner das ist jetzt ein viereinhalb tonner also 4,2 tonner der runter typisch sieht es auf 3 5 wir hatten es damals probiert allerdings dank waschmaschine klimaanlage oder auch dem sehr speziellen dachfenster von klaus hühnerkopf ist es sich gewichtstechnisch einfach mit der ausstattung die wir jetzt drinnen haben nicht mehr ausgegangen wir haben serienmäßig immerhin 400 am per lithium verbaut was natürlich zwar leichter ist wie normale batterien allerdings trotzdem auch gewicht bringt es ist der boden ein spezieller aufbau mit einer aerogel platte drinnen das heißt wir haben einen extrem hohen dennwert unten vom boden her es ist ein 60 liter gastank verbaut lpg gas ich kann einen notstrom ein notstromaggregat hier auf der seite anschließen das ist dann hier rechts wo ich entweder den griller anschließen kann oder das notstromaggregat ich habe hier direkt dann gleich die eingänge für den strom das heißt das aggregat kann hier daneben stehen und ein gasaggregat ist natürlich um einiges leiser als ein benzinaggregat masterwall das kommt aus der schiffstechnik die anschließend ja die anschließe kommen auch aus der schiffstechnik wir haben eigentlich fast ausschließlich bootsteile verbaut oder jachtteile verbaut dieser wagen ist jetzt außerdem ausgestattet mit 120 volt ladegerät ebenso da ich ihn mitnehmen nach amerika er ist auch extra innen so gesichert dass er verschiffungssicher ist das heißt der fällt doch da gar nicht auf weil das ist ein durchaus bekanntes fahrzeug im amerikanischen alltag amerika ist der revel eigentlich das meistverkaufte fahrzeug in dieser klasse und ja ohne fenster ist es dann noch einmal einfacher zweimal wasser zweimal wasser hat den grund dass ich einmal den wassertank mit 105 liter befüllen kann und einmal den fixwasser city anschluss habe ich wollte keine beweglichen teile oder irgendwie was sind sie die anschließend haben sie die wasseranschluss ebenfalls hier drinnen ich fahre doch von stahl zu stahl ich bin halt wie gesagt viel bei den pferden oder eben in amerika dementsprechend wollte ich unbedingt fixwasser anschluss und tank haben ja und das ist einer der speziellen teile was wir hier sehen das ist aus amerika man das ist eine deutsche produktion und in deutschland entwickelt in der nähe von münchen die pivke haben sie entwickelt ja die pivke haben sie entwickelt aber ich muss sagen sensationell es ist ein 10,5 kilowatt durchlaufer hitze das heißt ich habe endlos wasser von imas immer immer imas gmbh er hat es selbst entwickelt wird in australien groß verbaut ist sensationell weil ich immer warm wasser habe das heißt wenn ich jetzt einmal schnell was abwaschen will brauche ich nicht den boiler einschalten und habe dann kein warmwasser sondern ich kann wirklich aufdrehen und habe sofort heißes wasser was auch den großen vorteil hat ich habe weniger stromverbrauch weil der boiler nicht warm gehalten werden muss und auch damen sind bei mir dann sozusagen recht glücklich mit längeren haaren weil jetzt können passen tankvolumen was hast du dann tankvolumen 105 liter abwassertank ist 60 liter der ist von uns extra aus aluminium geschweißt hat den grund weil wir ihn hier unten verbaut haben direkt unter der fahrertüre dementsprechend haben wir hier keine stufe innen nein außen aber und das ist das allerwichtigste daran der ist aus aluminium geschweißt und direkt neben dem auspuff so platziert dass der auspuff hin anbläst heißt auf gut deutsch im winter wird er beim fahren durch die abgase erwärmt und selbst wenn er frieren sollte macht im nächsten macht es in auf wir haben aber allerdings auch noch separat eine tankheizung ebenfalls verbaut also es wäre auch das nicht ist ja klar so jetzt hast du wir gehen jetzt mal rein also konzept ist sechs meter länge was haben wir wir haben sechs meter länge wie hoch drei meter allerdings dach an dank dach galerie dann und dank klimaanlage werden wir dann zirka bei 30 30 was ist das klima das ist jetzt die dometic die ganz auch heizen damit oder ich kann auch heizen damit ich kann auch entfeuchten damit das ist die gleiche die du in deinem morelo einmal vorgestellt die inverter klimaanlage ich bin noch sehr zufrieden damit der vorteil ist die geht nicht immer an und aus sondern es ist ja es ist ein riesenunterschied und ich bin auch sehr froh dass ich mich für das entschieden habe diese ist jetzt noch foliert sie werden dann lackiert auch in raptor beschichtet allerdings ist auch dass sich zeitmäßig leider nicht mehr ausgegangen also es kommt der reling darauf du kannst später drauf sitzen man kommt von außen rauf oder wie man kommt von außen dann nur mit einem auszugleiter drauf ich habe absichtlich mich gegen eine fixleiter entschieden da sieht man es direkt wieder na nicht nur wegen dem wir haben leider gottes in mehreren foren ist mir beschrieben worden dass einige leute das gerne als kletterpartie verwenden wenn man nicht im auto ist und dementsprechend habe ich es dann gelassen und wir haben ein elektrische tür ja es ist nicht anders möglich da wir das badezimmer direkt auf der rechten seite sehen oder besser gesagt du hast ein bad drin ich habe ein richtiges badezimmer traue ich mir sagen wahrscheinlich einer der größten dusch kabinen die in einem sechs meter wagen je verbaut wurden sind was was ist hier du hast hier einmal die außendusche warte mal ganz kurz ich gehe mal gerade zurück ja du hast ein richtiges badezimmer drin ja ich habe ein vollwertiges badezimmer mit einer bade oder kabinen größe von 65 x 1 meter duschfläche ich werde dann drinnen noch zeigen wir haben auch einen langsifon verbaut wie in einem haushalt da ist der tisch das ist der tisch der kleine der kleine ja weil es ist ein büro mobil einen anständigen schreibtisch du brauchst einen anständigen das gibt es doch nicht und vier leute finden hier sage ich einmal ohne probleme platz wir haben es zu fünf doch schon probiert schnell wieder rein es regnet war ja das muss er aushalten das muss er aushalten wenn er das nicht aushältet er kennt die spüren wir werden so das ist ein büro mobil wichtig ist das finanzamt in österreich guckt auch hin und du sagst das ding ist wirklich also speziell auch in deinem fall du hast ja getestet du bist ja mit den pferden unterwegs geht ja gar nicht anders es geht bei mir aus dem grund nicht anders weil ich einfach einen wirklichen arbeitsplatz brauche für meine gesamten computertätigkeiten und ein laptop ist mir einfach zu klein ich muss doch auch videos manchmal schneiden für meine kunden und das ist auf einem laptop einfach nicht möglich gewesen und ich habe halt ich zeige mal gerade also boden was das am boden boden ist in dem fall noch ein klick boden ein industrie boden allerdings haben wir uns da auch um entschieden das ist wie gesagt unser erst projekt gewesen ich habe jetzt fünf monate drinnen vollzeit gelebt wirklich vollzeit noch mal du hast ich ahne schon schlimm ist es du hast eine aufbau klimaanlage du hast 400 amperestunden lithium hast ein großes hubbett mit drin aber kein einfaches sondern richtig großes ja ein meter zwanzig mal ein meter 90 ist es bei sechs meter ist es nicht mehr machbar sonst werden wir zu weit in die türe herein oder hätten wir zu weit in die türe reingeragt du sagst du kannst das fahrzeug anbieten für roundabout 150 netto da geht es los nein losgehen tut es schon bei 129 netto das ist dann genauso wie er hier steht allerdings ohne dach klimaanlage und ohne raptor beschichtung weil alleine die polyurethan beschichtung ist wahnsinnig aufwendig zu machen du hast ein bautech haushalts fliegenschutzgitter eingebaut zeig mal das gibt es doch gar nicht so was ist so professionell das funktioniert wahrscheinlich in 100 jahren noch ja also ich muss sagen bis jetzt das haltet bombenfest also ich habe ich habe mittlerweile durch stock und stein gejagt ich habe in fünf monate auf herz und nieren geprüft und ich traue mich sagen du kannst doch gerne damit mitfahren wir haben kein neu fahrzeug hier sondern es ist fünf monate alt und ich bin mit ihm jetzt mittlerweile 14.000 kilometer gefahren also und du hörst nichts klappen wie war was sie gehen mal rein weil es regnet und strömen das merkt ihr zwar jetzt nicht aber meine kamera habe ich schon gut eingepackt dann zeigen was man gerade denn nein ich fasse es nicht ja es ist wie gesagt ein wenig anders wie der rest am markt es gibt halt bei mir keine dinette das hat auch finanztechnische gründe es ist eine rückwand eingebaut warte mal ich zeig das mal dadurch bleibt es auch ein lkw weil noch immer geschlossen es fällt natürlich die dinette weg allerdings du kannst aber zu machen wenn vorne einer eindringt der kommt nicht ja es ist versperrbar es ist natürlich für mich war der hauptgrund eigentlich der wärmeverlust weil ich über die fensterscheiben definitiv am meisten wärme verliere und auch natürlich geräusche stärker mitbekommen drinnen und ich bin relativ schnell drinnen ich brauche nichts abdunkeln und wenn ich irgendwo in der stadt stehe mache ich die tür zu und kein mensch sieht dass es niemand sieht das mobil ist weil weil du von die trennwand hast also ich habe mittlerweile in diversen städten übernachtet und es hätte nie jemand mitbekommen wo denn wo ich habe in wien übernachtet in salzburg in linz mit einer stadt mitten in der stadt also es hat niemand nur ansatzweise was mitbekommen ich habe vor diversen firmen schon übernachtet also es war nie ein problem du hast den max fan hier drin was wir fangen wir an das einsteigen ist so einfach gehen wir kurz durch du bist ein großer mann wie groß bist du ich bin nur 176 176 aber du kannst stehenden fuß ist einfach durch ja die tür wird allerdings bei unseren neuen modellen oder bei den nachfolgern jetzt verbreitert wir kriegen noch einmal zehn zentimeter dazu das habe ich einfach nachträglich dann entschieden damit es auch für etwas voluminösere herrschaften ein wenig leichter zum einsteigen ist ich bin doch die dieser dieser in österreich nicht gibt nur in deutschland das stimmt nicht wir haben in österreich auch genug der punkt ist es ist in wirklichkeit ein zwei zimmer appartement es ist so konzipiert gewesen dass sie drinnen sie ja das ist sozusagen mein sofa was hier jetzt auch noch nicht drinnen ist der jetzt auch noch kommt es wird hier der wird dann hinter dem sitz verstaut ein lagunertisch kommen dass eine person hier vorne essen kann während oder arbeiten kann während die zweite person hinten ist und auch der ausblick du kannst ja nach vorne rausschauen dass du keine fenster und ich kann hier komplett rausschauen ich lasse die tür dann offen wenn ich möchte ich habe es hier relativ bequem auch am abend ich kann das wirklich gemütlich machen hier im film anschauen wir haben die dach also die verdunkelung in der fenster haben wir hier oben drinnen die sind isoliert sind magnetisch aus hamburg vom project camper ja project camper bitte bitte ich filme einmal kurz das logo weil die haben verdient die haben wirklich verdient aus hamburg habe ich selber selber schon von meinem vw-bus guckt mal nach wir haben für die medien saarland liebe project camper mal welche bestellt und bezahlt weil ich da keine kooperation wollte ihr macht das so gut ihr macht das so toll das coole ist auch da ist außen kein aluminium das heißt wir gehen gleich mal raus das siehst du dann später nicht also das ist so nicht erkennbar oder nein es ist nicht erkennbar und ich stehe doch öfters im wald aus dem grund habe ich auch beim ambientelicht rotlicht verbauen lassen dass ich wenn ich im wald steht dass man mich nicht so weit damit ihr noch was dazu verdienen kannst du das ist ja nicht aber aber es ist wirklich wenn man wenn man halt so oft wie ich doch irgendwo in der wildnis steht oder nach amerika fahrt es ist einfach sehr angenehm wenn du nicht aus meilen entfernt sichtbar bist und du hast vor allem du verlierst die nachtsicht nicht mit rotlicht so du hast das ganze hier oben auch wirklich schnell so gemacht dass man es jederzeit druck zuck wieder anbringen kann ja ich war aber was ziemlich cool ist du kannst du kannst es ja in wien wenn du stehst einfach die tür zu machen ja das ist ja das schöne an der geschichte deshalb ich brauche diese dinge so gut wie nie weil ich einfach nach hinten geht die tür zu machen und hinten in meinem reich bin und es kriegt niemand was mit das ist vor allem auch sehr leise wichtig ist auch bei der tür und das ist für leute die das ding verschiffen wollen recht interessant es ist versperrbar ordentlich versperrbar das heißt man kennt ja da soll ja keiner hinten rein vorne die fahren die ja auch vorne ja das ist eben da genau der punkt ich wollte auf keinen fall bei der verschiffung dass die hinten dann in meinem bereich rein können deshalb ist die hintere tür mit einem schloss separat noch versperrbar von innen und die seiten türe bekommt bei allen ausgelieferten fahrzeugen automatisch eine seiten für verriegelung auch noch mit rein das heißt der gesamte wohnbereich ist dann versperrt verplombt und es kann das fernpersonal nicht hinein ja aufbrechen aber dann komm mal raus bitte dass wir da mal sehen und mach mal die tür bitte zu denn die hat was besonders die hatten magnetverschluss du kannst sie richtig mit abos zu machen kannst von innen auch aufschließen ich kann von dort mit dem schlüssel aufschließen oder hier das kannst aber auch so machen dass das nicht geht von innen oder hier ja ich sag's ganz offen wir haben momentan nur dieses schloss in planung weil er vom gewicht und von der größe her das ideale war wenn man es jetzt von hier nicht aufschließen will dann müssten wir einen anderen zylinder verwandt ist natürlich machbar ok aber das hier also ich sag mal so diese diese original aufbautür ist ja grundsätzlich eine schwäche die kann man da nicht aufmachen die hat ja auch kein schloss oder nein die ist in dem fall noch eine schwäche allerdings wird bei allen fairer bei allen fahrzeugen bei uns serienmäßig die bestellt werden eine seitenverriegelung noch einmal dazu geschraubt ist es die serienschließung hier von mercedes eigentlich die serienschließung momentan es wird aber eine zusatz schließung eben angebracht außen ich meine dass das leiden hin und her ist das serie von leiden also dieses das ist praktisch elektrisch auf und zu geht ja das ist von mercedes das funktioniert das funktioniert sensationell also ich habe diese türe mittlerweile ich glaube 1000 mal auf und zu gemacht und ich habe das oder machst du mal zu nein ist das nicht genial es leidet einfach zu ja ich muss auch dazu sagen wir haben für die hecktüre wie auch für die seitentüre wird es einen thermo vorhang geben der serienmäßig mit dabei ist für den winter betrieb weil einfach durch die seiten türe wie auch durch die hecktüre im winter es ist bei einem wenn nicht anders machbar sowie fangen wir an du hast ein richtiges badezimmer hier kann man abspülen nämlich an oder ich habe ich wollte unbedingt eine ellküche haben das heißt ich habe mich auch dagegen entschieden dass ich zwei waschbecken verbaue ich habe gesagt ein großes waschbecken wo ich töpfe und pfannen waschen kann ist für mich mehr wie ausreichend ich habe den wasserhahn es ist alles haushaltsarmaturen von grohe ich habe den wasser umschaltbar entweder auf strahl oder eben auf brause warte ich komme zu dir also grohe armaturen wie zu hause du hast eine druckwasserpumpe ich habe druckwasserpumpe von lily mit natürlich einem druckausgleichsbehälter den ich unbedingt brauche erstens ich kann es regelmäßig will kein pulsieren haben macht regelmäßig und ist auch für den durchlaufer hitzer sehr wichtig weil er mir sonst den sensor nicht rechtzeitig schaltet das genial hier vorne du hast sinnvolle sachen angebracht nicht bling bling sondern sachen die funktionieren da kannst du alles rein stellen was du brauchst bling bling war für mich nicht notwendig ich brauche wirklich funktional und ich habe keine lust dass mir alles durch die gegend fliegt deshalb haben wir halt wirklich alles so montiert und auch mit auflastung auch mit aufleistung gemacht auch bei dem wird eine aufleistung kommen das war bei dem leider noch nicht solar ist in dem fall jetzt momentan noch nicht drauf aus dem grund weil die dachgalerie noch nicht du hast aber hier ich sag mal du hast technik von masterwold du hast einen fetten booster drin ich habe zwei fette booster wir haben einen doppel lade booster mit jeweils 50 ampere 100 ampere kann zu laden 100 ampere rein also fährst zwei stunden hast 200 ampere voll also ist im stand geht der strom normal nicht aus im stand viel bringt im stand muss ich ganz offen sagen habe ich nie so wirklich gemessen allerdings komme ich eigentlich auch im stand immer so auf die 40 40 am das heißt wenn es ein bisschen so nahe geht machst du einfach kurz den motor an dann also stromprobleme hatte ich bis jetzt noch nie und ich wohne wirklich vollzeit in ihr wo ihr seid in meinem in meiner wohnung also ich wohne hier seit fünf monaten vollzeit drinnen ich habe nicht nur mit gestern von nick nick dann hauptname fischer nick fischer aus wo kommst du ich komme eigentlich gebürtig aus wien bin aber relativ schnell aus wien abmarschiert und aufs land gezogen kann ich verstehen ja der ist so kein städter man muss dazu sagen du hattest da darf man darüber reden eigentlich das ist jemand nicht so gut ging ja mir ist es vor vier jahren einfach schon so schlecht gegangen weil ich schweres burnout hatte schwere depressionen und habe vor vier jahren einfach mein ganzes leben auf den kopf gestellt du bist jetzt wie alt bist du ich bin jetzt 40 40 das ist ja auch die situation ich bin jetzt auch fast 40 ich bin 53 aber der das ist ja so eine situation wo du anfängst nachzudenken über viele dinge du liebst pferde ich liebe nicht nur pferde sie sind mein leben also die pferde haben mir ein neues leben geschenkt und ich bin dabei geblieben und ich bereue keine sekunde die toilette wo ist die toilette ist hier unten drinnen nein eine trenntoilette ja ich liebe meine bio toy bio toy es ist eine bio toy riecht nichts nein riecht gar nichts ich glaube bitte mal auf weil das ist ja so wenn wir wenn wir eine trenntoilette haben die in betrieb ist ja es riecht nach humus ja es ist nach humus und natürlich nach leicht nach essigwasser weil man immer wieder essigwasser nachschüttet hier ja aber sonst habe ich null probleme im gegenteil essigwasser beim pipi dabei nein wir haben essigwasser hier als essenz mit dem spüle ich sozusagen das becken das ist immer wieder schönes und auch sauber und kein urinstein oder uringeruch der bleibt nicht das heißt also essigwasser ist gegen und du setzt dich da drauf hinten machst du das große was ist dann bei durchfall ich hatte sogar wenn wir schon so indiskret werden sogar schon auf dieser toilette durchfall und ich sage das war absolut kein problem also null das einzige was der punkt ist du musst dann den den kokosziegel schneller tauschen weil einfach die feuchtigkeit ist dass der hoch ist ist dass der aus dem ikea der groß ist dass der aus dem ikea der kokosziegel nein der ist nicht dass ich er der ist vom bio toy direkt ich bestelle das also ich zeige dir mal gerade bitte bitte noch mal du ziehst die raus da kannst du pipi und kacki machen dann hast du unten stoppt das ist viel zu schnell du hast du einen schwerlass auszug kommt der mit bei der bio toy nein den bauen verbauen wir es ist eigentlich alles wird von uns verbaut was jetzt noch kommt was noch niemand hat und ich bin gerade eben mit dem sascha vom bio toy da am basteln besser gesagt habe ich das von mir aus initiiert wir bauen jetzt mit der firma ebaytec aus österreich eine motorsteuerung für das ding das heißt es wird von händischem betrieb bei uns dann auch eine motorisierte variante geben das heißt ich kann dann drauf sitzen braucht nicht mehr kurbeln sondern drück aufs knöpfchen und es fahrt dann links und rechts so wir machen ganz kurzen cut bleibt dran bis gleich teil zwei die toilette da waren wir stehen geblieben es gibt so viele überraschungen hier drin aber erst mal mache ich gerade folgendes ich fahre mal ein bisschen zurück das ist der blick von deinem arbeitsplatz nach vorne es gibt keine fenster liebe menschen denn es hat einen riesen vorteil wenn es keine fenster gibt hat der mercedes benz auf einmal ganz viel platz denn du kannst die seitenwände natürlich bebauen aber wenn einer sagen würde ich will unbedingt ein fenster haben wir bieten fans dann der kunde kann zwei fenster hier vorne haben einmal im küchenbereich einmal in der seitentür und zwei fenster hinten in den hecktüren allerdings sage ich gleich dazu wir verbauen ausschließlich klaus hühnerkopf sicherheitsfenster hat isolationstechnische gründe einbruchssichere gründe und auch optische so warte ich ziehe dich mal ein bisschen zurück dass wir noch mehr weitwinkel kriegen denn das brauchen wir hier auf der seite könnte man nämlich auch fenster drauf machen die natürlich von außen noch mal zusätzlich eine verkleidung haben hast du das mal gesehen ja habe ich gesehen ich habe mich muss dazu sagen ich habe wirklich mit dem fenster thema mich lange beschäftigt ich bin wirklich bei den hühnerkopf fenstern hängen geblieben weil sie einfach von der aufbau fläche und auch von der schönheit und auch von der einbruchssicherheit für mich das beste sind und ich sage einmal so wirklich ganz unsichtbar verkleiden kann man die fenster nicht und wenn die getönt sind sieht man sie fast gar nicht beim ok also wir zeigen das mal gerade das heißt es gibt ja da einen test beim klaus hühnerkopf du kannst da drauf haben wenn du kommst durchs fenster nicht rein nein also ich muss auch sagen wir haben ja auch eine hühnerkopf dachluke die alleine 3200 euro kommt kostet dementsprechend ist eben unser preis auch ein wenig höher aber unsere teile sind halt auch alle viel teurer ich habe alleine die verschlüsse hier sind alle von saft boot verschlüsse da kostet halt einer 50 euro und nicht wie ein pushlock 9 euro so also 50 euro kosten die verschlüsse die auch halten das heißt die müssen ja beim boot auf sturm auch halten ich glaube die halten wahrscheinlich drei bands die kann oder vier die kann ich mir nachher noch einmal ausbauen wenn er dann nach 100 oder besser gesagt 500.000 kilometer bei mir abgefragt wird ja weil ich glaube mal mehr wie 500.000 wieder bei mir mit den vielen ziehen von den anhängern nicht halten aber machen wir bitte oben noch mal was ich teufel ein großer spiegel viel licht du hast ja unglaublich viel licht drin licht war mir das allerwichtigste das ist die dusche du du stehst kann in der dusche richtig in der dusche drinnen das heißt wir haben noch einen richtigen syphon kompletter geruchsverschluss es ist wie zu hause ein lang syphon das ist auch einer von zu hause oder das ist eigentlich ein syphon von einer normalen dusche zur automatik dass das reparatur set von gore genommen habe ich auch das so geil ja aber da kommt auch etwas etwas anderes das es wird nämlich bei den anderen wenn es hier eine wand eingezogen wir machen das eine spur kleiner dass man hier von der seite noch einen hängeschrank hat einen separaten weil man einfach hier oben über ein meter dreißig hat die man nicht braucht das ist max fan hier oben ja max fan natürlich mit leuchtung spezielles jetzt in dem fall naja das ist schon schon richtig gut ich liebe max fan weil die bauern auch ja absolut also es ist der max fan ist auch aus einem gewissen grund hier erstens mal auch das guck mal da du du hast das was ich immer haben wollte shampoo und schauer g spender aus dem hotel er ist nicht der schönste aber er ist der stabilste und er funktionieren und davon das ist das problem ich habe wirklich ist kein spaß ich habe fünf solche spender gekauft und probiert und der war obwohl er der günstigste und er ist vielleicht nicht der schönste aber er ist der praktikabelste weil man kann super leicht befüllen man sieht den füllstand gut im vergleich zu den meisten anderen das sind spezielle tücher die sind so klasse das sind wir bitte mal werbung machen was ist das ja sieht aus sensationell ich muss dazu sagen ich würde nichts anderes mehr nehmen ich habe zwei von diesen tag taus eben für mich für den meinen körper ja und ich verwende von pocket towel das ist auch von situs ab mei das ist ein etwas anderes material sensationell zum trocken wischen von geschirr da kann man so lieb ist mir dass man die kamera hält das logo das wird das mal sehen wie das heißt sie situs hat mit heißt dass sie zu sammeln ok und das ganze als pocket towel ist natürlich micro firma und du sagst dass das beste was sie hat also ich muss sagen ich bin für für das geschirr zum trocken wischen begeistert davon es ist sensationell so das ist ja warte ich gehe mal gar nicht zurück dass wir das mal sehen deine küche besteht ja du hast eine küche mit drin und das ist ein teil ja von der küche slash wenn du jetzt zu machst das heißt also du hättest noch jemand hier du kannst jetzt hier natürlich alles offen lassen wenn du alleine bist aber du kannst jederzeit sagen ich mache zu da hast du eine wand mit dabei das zu machen hat zwei gründe einmal damit man wenn man am topf sitzt nicht unbedingt zuschauen musste oder dem anderen zuschauen muss und das zweite ist dass man den ganzen raum in einen trockenraum umwandeln kann ja zeig mal bitte das ist kein schrank sondern das ist unglaublich eine ag top loader das ist eine maschine mein wäschekorb sondern gleichzeitig meine sechs kilo waschmaschine habe ich übrigens auch immer so ich habe die gleiche ja oder so oder so ähnlich gehabt und du kannst direkt die schmutzwäsche direkt rein machen dass das coole ja ich verwende es wie gesagt das wäschekorb und das angenehme ist ich kann und das ist geschuldet unserem durchlauferhitzer und unserem batteriesystem ich kann mit dieser waschmaschine mitten am feld stehen ich brauche keinen wasseranschluss ich brauche keinen strom anschluss ich brauche 40 liter wasser für einen waschgang und verbrauche gerade einmal durch unseren durchlauferhitzer weil das die waschmaschine ist direkt am durchlauferhitzer angeschlossen da kommt warmes wasser rein genau ich leite 40 grad heißes wasser ein und kann damit mit nur zehn prozent meiner batteriekapazität einen kompletten sechs kilo waschgang machen also das heißt die hat ja 400 ampere stunden du kannst mit 40 ampere stunden rest kannst du mal waschen nicht nicht einmal und wenn es nicht geht macht der motor kurz an genau und die wäsche von komplett sechs kilo kann ich hier im badezimmer dort das war zu schnell bitte noch mal ich war noch nicht mit der kamera da so erwartet aber einmal zeigen bitte nur mit der linken hand mal geht das mit der linken da ist nein ehrlich ja und es scheppert aber auch nicht lang das denn nein wir haben hier dann noch drei stangen die ich hier oben einhängen kann was hast du so genial finde das ist für die schwere wäsche der stauraum über dem fahrerhausbereich der ist aber nur von hier zugänglich richtig der ist jetzt nur von hier zugänglich das heißt also wenn jetzt einer zu dieser unglaublich teuren eos 70 greifen möchte bitte noch mal kurz aufmachen und mal gerade die stangen wegnehmen die drei stück ja dass wir das mal zeigen also das ist jetzt welche das besondere dabei ist auch unten ist wahrscheinlich die heizung oben der lüfter das heißt ganz richtig ablüften das ist der große vorteil wir haben die heizung unten gemacht damit eben die warmluft hier unten rauskommt direkt durch die wäsche durch und oben direkt oberhalb der wäsche dann die feuchte luft absaugt und ich kann über nacht und das funktioniert einwandfrei in circa sieben stunden kann ich ohne probleme eine sechs kilo ladung wasche wäsche komplett durchtrocknen also es ist ein kompletter trockenraum du fuchs so hast du gut gemacht so dass da unten ist natürlich komplett wasserdicht aber der vorteil ist natürlich du hast du schon mit dabei kannst du komplett hier oben ist ja jeder der duschvorhang ist auch eine geschichte wir haben es bis hier vorne gezogen das heißt es geht einmal rundherum ich wollte hier nichts nass haben das einzige was sich auch noch hier ändern wird ist das haben wir nachträglich wir wollten es am anfang einsparen wegen gewicht haben uns dann aber jetzt den dazu entgegen entschieden es wird bei allen zukünftigen modellen eine speziell gefertigte edelstahlwanne geben weil es einfach für den für die steine in den schuhen und das schmutzschleuse praktischer und praktikabler ist komplett aus edelstahl ja es wird eine komplette edelstahlwanne die auch etwas höher gezogen was ist das für material das ist jetzt sozusagen ein pol also ein epoxy harz auch sehr belastbar ja auch sehr belastbar aber ich bin nach sechs monaten ich muss dazu sagen das war eben der grund warum ich gesagt habe bevor ich nicht mindestens fünf monaten in diesem fahrzeug selbst gewohnt und zugebracht habe und wirklich vollzeit hier zugebracht haben wirklich alles ausprobiert habe habe ich gesagt werde ich nicht veröffentlichen du bist ein produkt haben wo ich nachher keine schererein habe und zwar wirklich keine und alles was ich an kleinen makeln gefunden habe wird ist eliminiert worden du bist selbst handwerker eigentlich nein ich komme eigentlich aus der elektrobranche mein vater hat eigentlich ein elektrounternehmen aber ich habe sehr sehr viele baubesprechungen gemacht weil wir sehr viele häuser ausgestattet haben und bauen tut das der michael und der philipp das sind meine geschäftspartner von buchecker fahrzeugausbau wir haben uns gemeinsam zusammengeschlossen und gesagt es gibt so viele wohnmobile am markt aber es gibt eigentlich niemand so was habe ich noch nie gesehen der mobile office dadurch hast du noch eine wohnung eigentlich jetzt nein ich habe eigentlich keine mehr du hast alles verkauft ich habe eigentlich ich bin haupt gemeldet in einem hotel in großentersdorf und ich brauche es auch nicht ich muss dazu sagen ich könnte mir auch gar nichts anderes vorstellen ganz überall sein ich bin vollkommen ein kunden wirst du integriert auch die lieben dich ja deine aufgabe du bist du ein pferdeflüsterer ich sage ungern pferdeflüsterer das wie soll ich sagen ja ich weiß ich bin laie also ich sage ja aber nein ich mache rein pferdearbeit ich habe ich würde das nicht das pferdeflüsterei bezeichnen es ist einfach ich liebe pferde und ich helfe gern pferden und es gibt genügend pferde die leider missverstanden werden und sich dann nicht verladen lassen oder kann man dich buchen man kann mich auch buchen allerdings bin ich momentan unter meinem master in ausbildung weiter in lochen am see in oberösterreich ich habe den reinhard kennengelernt vor einem halben jahr und hatte das glück dass er mich erwählt hat als seinen trainier zu starten und ich muss sagen ich war in amerika bei buck brenneman und das ist für pferdeleute ein name darf ich mal kurz werbung machen für die klimaanlage ich habe die gleiche die läuft gerade und du wir können uns flüsternd unterhalten ist das nicht eine geile klimaanlage die klimaanlage sensationell das ist eine doppel kolben inverter klimaanlage von dometic das ist das beste vom besten vom besten die ist so leise sie ist wirklich man kann mit heizen du kannst ist eine wärmepumpe mit drin also das ist klar du musst das nicht aber wenn am festen strom bist könntest du auch damit heizen ja ich mache es auch ab und zu ich muss allerdings dazu sagen diese ist ja eigentlich für mobile über sieben meter aber ich wollte unbedingt beim schlafen auf der kleinsten stufe einschalten können und deshalb habe ich mich für diese hier entschieden also du hast eine dieselstand heizung das sehe ich schon mal ja das ändert sich allerdings auch ein wenig wir haben eine dieselstand heizung mit vier kw auch dieses konzept habe ich nach fünf monaten winterbetrieb auch noch dazu geändert es wird ab nun nur noch zwei mal zwei kw geben erstens wegen der übergangszeit weil ich dadurch weniger sprit verbraucher und leichter die temperatur halten kann und es nicht zu warm wird und es ist auch hier kw ist ein problem hier drin glaube ich zu stark oder ja es ist eigentlich nicht zu stark aber es ist unnötig so viel zu heizen und vor allem eine dieselheizung kann verrufen wenn sie immer auf minimale ablauf kann aus diesem grund habe ich bestätigen entschieden zweimal zwei kw zu verbauen dadurch kann ich die übergangszeit besser nutzen und was nämlich ganz wichtig ist fällt mir eine aus habe ich immer noch eine reserve und mit zwei kw kann ich das ding trotzdem noch über winter auch in skandinavien warm halten wir haben immerhin 39 oder also 38 mit ein bisschen was millimeter amaflex af isolation also wie af af teuer ja das ist die teuerste die es eigentlich gibt von amacell ich habe mich gegen ac definitiv entschieden weil der dämmwert nicht der gleich ist und es sagt zwar jeder amaflex 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 aber dass es drei verschiedene qualitätsstufen bei amaflex gibt das sagt dann keiner dazu das heißt auch das muss man eigentlich ein wenig belieb weil amaflex ist wie gesagt nicht amaflex und kann mir zeigen mal was diese waschmaschine wenn er soll sagen die nimmt ja viel platz weg das ist so genial und sie ist eine ablage zum kochen das heißt du hast ultra viel platz ich habe eine küche ja du hast der küche bitte mal gerade das bett noch mal hochfahren ja dann sehe ich noch ein bisschen mehr du hast eine richtige küche mit ganz viel kopffreiheit ja also für mich geht es sich ohne probleme aus ich muss dazu sagen der sechs meter den wir bauen ist für leute bis 1 meter 83 1 meter 86 noch hast du für tageslicht schon mal vorne die tür offen ja ja genau wenn jemand aufmachst das heißt du kannst aufmachen und dadurch ist natürlich das tageslicht das bisschen was reinkommt das hilft schon oder ja ich muss allerdings dazu sagen die fenster sind für mich nicht wichtig nein aus dem grund weil ich auf diversen campingplätzen gestanden bin und ich habe mich ja ich habe über ein jahr an dem ding hier geplant und ich war verschiedenste mobile ausprobiert und bin auf verschiedene plätze gefahren und das lustige ist dass alle sagen ja ich brauche fenster ich brauche fenster ich brauche fenster und sobald ich dann auf einem campingplatz stehe und selbst unter tage machen alle die jalousien zu damit keiner reinschauen kann ja und in der nacht ist mir eigentlich egal ob ich auf eine wand schaue oder nicht und sobald es bei mir ein wenig wärmer ist sind bei mir alle türen offen das heißt die seiten die ist offen die hektür ist offen dann hast du unglaublich viel so viel tageslicht und ich habe ja überhaupt zum schlafen dazu kommen wir dann noch eine riesige dachluke mit blick in die sterne die ist groß da kommen wir gleich noch zu das sagen wir jetzt noch nicht aber du hast wenn du irgendwas gebaut hast immer nur haushaltsqualität eingebaut da ist stahl verstärkung mit drin das heißt da kann man sich jetzt nicht drauf setzen das geht doch ja also es ist wirklich stabil nein ich muss dazu sagen ich weiß alle sind immer gewichtsorientiert und ja natürlich wird es bei uns eng mit dem gewicht also ich sage auch so wie er hier steht ist es mit dreieinhalb tonnen nicht machbar ich kann nicht eine sechs kilo waschmaschine 400 am per lithium 60 liter lpg gastank wenn der kunde aber sagt ich stecke ab fährt allein er ging dann es ist möglich wir bauen dann in einer noch in einer leichteren weise ich habe für meine mobile für mein mobil genauso wie eigentlich für die mobile die wir sonst eigentlich verkaufen also die 4,1 tonner absichtlich auf voll holz oder besser gesagt auf die auf die richtigen pappelsperrholz gesetzt ohne leichtbauweise weil es einfach von der stabilität wir tauschen mal gerade oder beziehungsweise wenn du mal gerade die lküche noch mal zurückbaust zur normalen küche du hast dir den großen triplex angeschafft von tedford ich wollte unbedingt drei flammen wo ich auch eine große pfanne drauf bekomme weil die diese zwei flammen herd waren für mich ich habe das ausprobiert dann ist die große pfanne schon so weit darüber gestanden das war für mich undenkbar und ich wollte auch unbedingt eine dunstabzugshaube haben weil ich keinen geruch herinnen haben will die geht nach außen die geht nach außen ist eine richtige abzugshaube keine umlufthaube ok klasse ich will keinen wasserdampf hier herinnen haben kein feuchtigkeitsproblem und auch kein geruchsproblem so du hast also einen richtigen herd mit drin mit unter und oberhitze der kann beides das kann beides ich verwende den herd auch als stauraum das funktioniert wunderbar ich habe hier zwei töpfe ineinander zwei pfannen mit dem komme ich ohne probleme nacheinander was sind das für fanden die du hast die pfannen sind von tefal von tefal haushaltsware sind haushaltsware geht sensationell ich liebe es vor allem weil sie keinen griff haben und ich habe vom gsi die zwei aluminium töpfe gsi warte ich film das mal gerade gsi outdoor die sind ja toll das heißt du kannst dünsten ja sind super leicht man kann auch dünsten ich habe normalerweise auch einen dünsteinsatz mit den hall ich habe ich allerdings bei einem freund vergessen weil ich dort gekocht habe und ich habe sie eigentlich auch deshalb genommen weil ich sie wunderbar absieben kann für nudeln und sonstiges mit den löchern und die löcher sind drin das funktioniert bist du so nudeltyp oder du bist ein nudeltyp ich esse es sehr sehr gesund also wenn du meinen kühlschrank aufmachst dann wirst du sie nicht kochen normalerweise mindestens einmal am tag frisch wenn nicht zweimal sag mal blöde frage du hast einen kühlschrank ja ich habe einen kühlschrank der ist genau hinter dir ist ein 90 stimmend beim eingang war doch ja weil ich natürlich auch von draußen zu meinen getränken kommen so 90 liter den ich habe denselben ich fand ihn ein bisschen klein muss ich sagen weil er sieht zwar groß aus aber du kommst gut mit klar ja ich nur wenn man das ist das einzige wenn man zu knapp dran steht dann schaut man ja aus das ist das einzige was ich bei dometic nicht besonders liebe dass sie leider gottes den knopf da oben so montiert haben dass wenn man einmal etwas anstößt schaltet er sich aus ja auch da kenne ich dich ja so wirst du was da finden warte ich filme gerade rein bio joghurt mit drin bio milch mit drin ist ja aus österreich die milch ist aus österreich die eine ist aus deutschland und du kaufst aber all die einsehe ich in der bio abteilung ja ich kaufe eigentlich nur bio wenn es bio gibt dann kaufe ich auch nur bio sehr schön so salat und so weiter das heißt du kannst auch hier ordentlich kochen dann ist hier dein ich sag mal wohnarbeitsbereich wurde ein bisschen arbeiten kann aber es wird so sensationell gleich es wird so gut du hast mac ich habe natürlich einen mac ja so zeig mal bitte also das heißt du setzt sich hin ja das ist jetzt sozusagen mein arbeitsbereich ich sag gleich dazu wir haben im arbeitsbereich einen teppich der ist von caravan tex einer meiner wirklich liebsten partner muss ich dazu sagen sensationelle firma die mir dann auf maß fertigt der hat eine ein heizelement drinnen dass ich schöne warme füße habe wenn ich hier mal dass ein warm ein wärmeteppich ja ein wärmeteppich allerdings auf maß gefertigt läuft der eigentlich ob der viel energie verbraucht aber eigentlich nicht 15 watt oder so hat er ja so in der richtung also es ist minimal und wie gesagt mit 400 am per lithium komme ich locker durch man kann auch 800 haben kommt man eigentlich aus ich zeige dass man und drin ist gas warmer was ist das das ist der gas war das ist bei uns automatisch mit drinnen das ist auch etwas der kunde kriegt bei uns das auto fertig zum rausfahren heißt in unseren preisen ist alles schon drinnen der gas war mit drinnen feuerlöscher mit drinnen die decke mit drinnen da was die gardena schlauch garnitur drinnen das heißt wenn das auto bei uns abgeholt wird der kunde braucht nur noch seine zahnbürste mitnehmen seine wäsche mitnehmen und er kann fahren er braucht nirgends mehr hinfahren er kriegt auf wunsch sogar die teller total genial finde ist dass du die tür ja vorne doppelt hast das heißt du hörst auch wenn hinten mal das geschirr mal klappern sollte du hast gar nichts du hast gar nichts also das kann ich dir wirklich garantieren ich bin hier schon wirklich über bodenwellen gefahren wie die hölle du hörst nichts du hörst er ist allrad du kommst überall hin der radstand ist ordentlich es ist nicht kein sieben meter ist nur sechs meter ich sage mal so es ist ein sechs meter und es ist ein schlechtwege fahrzeug ja es ist sensationell zum ziehen ich ziehe jedoch regelmäßig pferdehänge und für das funktioniert es wirklich sensationell mit 2800 kilogramm zuglast ist das mehr wie ausreichend für mich und ich sage mal so das gelände was ich fahre bin ich bis jetzt überall noch aufgekommen überall noch durchgekommen ich zeige mal gerade also da ist der eingangsbereich kühlschrank elektrotechnik da wo es auch hingehört wenn du raus gehst kannst du alles steuern dann hast du im moment noch eine auto term da kommen zwei rein da kommen dann zwei rein und auch hier das display wird sich tauschen alle ausgelieferten fahrzeuge haben das neu jetzt haben nur noch season drinnen das heißt auch die lichtsteuerung funktioniert auf bussystem und ist auch dann handy steuerbar also das kann man aber auch auf wunsch auch haben von masterwold da kann der kunde sagen das ist von masterwold das neue das ist ein bussystem von masterwold das ist sie suchen die arbeiten zusammen sagen meine erkenntnisse von masterwold sind leider jetzt zwei jahre her das war ja damals sehr mäßig bei morelo ich habe sie geliebt die neue ist auch nicht schlecht aber es ist masterwold du kannst es skalieren das ist so genial oder du kannst nicht nur zwei drei batterien anschließen naja was der hauptausschlaggebende punkt für masterwold bei mir war es einmal die batterien sind nun mal bootsbatterien sie sind beheizt sie haben ja heizpads drinnen wegen beladen falls es zu kalt werden sollte und was der hauptausschlaggebende punkt ist was ja niemand dazu sagt lithium verbaut man schnell einmal ja ich habe etliche hersteller gesehen und ich habe auch etliche batteriehersteller mir angeschaut und es ist einfach das problem des entladestroms wenn ich ein induktions kochfeld anschließen will wie ich zum beispiel draußen bei meinem tisch zum kochen dann braucht man einen entladestrom pro batterie also wenn man nur eine batterie verbaut von mindestens im schnitt 180 ampere und die meisten batterien von namhaften herstellern die etwas günstiger sind haben aber nur einen entladestrom von 150 ampere was einem keiner dazu sagt dass die batterien das dann nicht ewig aushalten ist dann auch klar die können das gar nicht nein und bei masterwold habe ich 500 ampere entladestrom was heißt ich kann wenn ich will drei hochfelder anstecken und es geht sich aus pro batterie 500 ampere das heißt ich kann eigentlich 1000 ampere anstecken wenn ich zweimal 200 und am bär habe du hast auch den wechselrichter von masterwold natürlich bei mir ist die gesamte anlage von masterwold es ist alles hier verbaut ich muss dazu sagen es ist sehr eng verbaut die batterien sind dahinter was wenn du mir mal einen gefallen machst könntest du mal den stuhl mal kurz mal anschieben mal zu mir ach es geht raus kannst einfach rein ja es war mir wichtig dass man überall gut dazu kann wie wir sind immer noch im 907 oder es ist in der mercedes sprinter sind wir ja kann so groß sein wenn man es richtig macht ja also ich muss sagen platzmäßig habe ich oder ladeflächen mäßig habe ich eigentlich bis jetzt kein problem gehabt wir haben alles rein bekommen was wir brauchten es ist der große kombi master drinnen mit 2600 sinus auf dauerleistung das ist der charles master der ist für meine 120 volt weil ich ihn ja mitnehmen möchte nach amerika und dort auch anstecken will deshalb habe ich auch draußen zwei steckdosen einmal für 220 also 240 einmal für 120 also ist international du kannst weltweit reisen damit oder ja ich habe sogar einen meilen tacho den haben wir vorher nicht gesehen also ich habe mir extra einen meilen tacho bestellt damit ich in amerika ohne probleme fahren kann und immer weiß wo ich so und das ist jetzt elektrotechnik also leicht zugänglich dann hast du überall ich finde das so genial ich liebe es so bitte mal zu machen das ist pappel was so war es ist alles pappel sperrholz aber wir haben halt wie gesagt in dem auto keine leichtbauplatten verbaut weil ich das auch nicht wollte weil ich gesagt habe ist soll so stabil wie möglich sein und so gut verschraubt wie möglich sein es ist auch alles geleimt oben drüber was ist da oben drüber das ist jetzt mein büro nein drucker mit scanner ja das ist halt das kernstück meines büros hier dokumenten ablage arbeits oder ablagefläche ich kann dann hier das habe ich eigentlich du hast das eigentlich für dich gebaut jetzt mal ganz ehrlich ich habe es für mich gebaut weil ich einfach nichts gefunden habe was für mich gepasst hat ich wollte entschuldige ich wollte unbedingt eine waschmaschine haben ich muss manchmal meine halfter für die pferde desinfizieren was ist das für eine lichtsteuerung die du hast das ist eine ganz normale led lichtsteuerung mit fernbedingung ich habe eine vorne eine hinten beim bett und eine hier allerdings die diesen wo überall die leds sind wo überall ich habe ich habe ja ich habe zwei systeme ich habe einmal indirekte beleuchtung einmal direkte beleuchtung das heißt ich kann nur indirekte einschalten kann dann auch eben wie gesagt das rotlicht einschalten das ist dann meine nachtsteuerung sozusagen wenn ich wirklich im wald stehe ansonsten habe ich halt die voll beleuchtung und das wird allerdings fallen mit der season steuerung dann gibt es diese fernbedingungen nicht also was ihr nicht sehen könnt ich bin 185 im moment bin ich 1 meter 90 mit schuhen und ich kann gerade stehen in dem küchenbereich das ist schon mal genial dann kannst du hier sitzen du kannst hier außen aufmachen das heißt wenn du aufmachst das haben wir jetzt noch nicht gesehen kannst du rausschauen oben oder was auch noch wichtig ist beim rausschauen ist ich wollte unbedingt eben das bett so lang wie möglich haben dadurch dass man dann aber nicht hochfahren konnte gab es dann nur noch die lösung dass man hier in bett haupt anschließt da ich aber nicht diesen see oder schießschlitz haben wollte ist das dann zum rausheben ach du kannst das raus hier das hebe ich raus das ist mit vier das ist sind vier kleine clip verschlüsse und dann habe ich die volle aussicht also wenn ich das dann auch mach mal auf da mache ich halt auch dann geht doch zu lidl du kannst von innen raus notausgang de es hat fast aufgehört zu regnen so und jetzt hast du natürlich genau das was du eben beschrieben hast wenn wenn es wenn es nämlich aufmachst jetzt hast du dein licht richtig ich habe ein licht ich habe dann eine wunderbare aussicht ich habe genug arbeitsfläche für akten und sonstiges ich kann eben das hier auch noch hochklappen dann habe ich einfach eigentlich einen o schreibtisch habe hier dann meine arbeitsfläche für meinen computer und das ist dann sozusagen das herzstück meines büros nein 34 zoll mit 34 zoll super weit super weit mit 5k auflösung das ist bei uns standard ist der mac da hast du hier drinnen zeig mal genau wenn du den mal kurz anschließt den mac und das mal an machst denn das ist wie zu hause gearbeitet wird dann sozusagen mit dem mac hier oben mach mal bitte dass man das so sieht wie du das normal machst das heißt du machst den bildschirm an ich mache den bildschirm einfach an weil ich will ja drei monitore haben dann habe ich hier meine tostatur dann habe ich hier meine maus und dann habe ich hier normal für meine termine das ipad und ich sage mal so viel mehr monitor fläche in einem sechs meter wenn wirst du kaum finden kannst du mal gerade das weiß machen auf dem großen bildschirm irgendwas weiß ist dass wir das haben führen nikolaus fischer den nick aus ehemals wien geboren und du wohnst jetzt in der nähe von salzburg ich wohne in oberösterreich in der nähe von salzburg das ist mal wie lange die dinge halten geld bei apple ist es schon fürchterlich erst zehn jahre alt zehn jahre alt und geht noch nur ich habe mein handy nämlich ausgeschalten jetzt haben wir kein internet du kriegst das internet über handy das funktioniert auch in der praxis das funktioniert sogar sensationell ich muss allerdings dazu sagen verbaut ist in dem fall hier ein guter und ein router und connex mit dach antenne allerdings ist die dach an der deshalb jetzt nicht montiert weil und deshalb muss ich über das handy machen weil die dachgalerie noch nicht drauf ist und die antenne auf die dachgalerie die dachgalerie da kannst du von innen über das bett nach außen richtig innen über das bett nach außen oder ich kann von außen über die auszugsleiter raus so macht die tür noch mal nee weiß was er machen die die tür noch mal zu weil es regnet draußen dass wir das mal zeigen das kannst du alles von innen machen du musst nicht raus ja ein bisschen mühsamer sagte aber es geht so was dazu gemacht jetzt ist wieder zu das heißt du fühlst dich auch überall sicher wo du stehst trotzdem würdest du bestimmte dinge wahrscheinlich so autobahnraststätte in serbien wird sie jetzt nicht dringend naja ich fühle mich deshalb sicher weil ich kann diese tür dort versperren und ich habe die an den hecktüren das wirst du dann sehen wenn ich das bett runter lasse habe ich noch einmal innen zwei verschlussbolzen die ich mit einem schloss sichern kann dass wenn er von außen das schloss aufbricht du kommst ja nicht rein die tür trotzdem schwer weil sie von innen verriegelt ist und dementsprechend auch schwer aufzubrechen bauen wir gerade das noch mal zurück mit dem polster da ist innen noch so ein polster eingelassen was hat das für eine funktion das ist einfach nur ein richtiger lattenrost nein richtiger latten ein winziger lattenrost einen richtigen lattenrost wir haben das geschnitten und wurde dann verkleidet ja weil ich unbedingt einen richtigen lattenrost wollte mit genügend hubfläche natürlich ist auch noch ein anderes eine andere matratze machbar ich muss allerdings sagen ich komme mit acht zentimetern und mit dem lattenrost dadurch dass es ein haushaltslattenrost wunderbar alles ist so professionell ausgeführt also es ist nix hier das ist ja der prototyp trotzdem sieht er aus als wäre schon zehntausend mal gebaut worden ich zeige mal gerade wie schön hier alles ist du hast indirektes licht natürlich dann hast du unten drunter die ablageflächen für alles drum und dran das ist genial da kannst du alles reinhauen was du brauchst ja ich habe allerdings auch das noch etwas vergrößert weil wir haben hier hier wieder zu machen ach du kannst die tür schließen dort ja und hast das hinten dauerhaft offen ich die schlägt doppelt an die schlägt doppelt an habe ich und dann habe ich hier noch ablageflächen sag mal bitte warte ich bin mal rein in den tür noch drinnen so die kannst du auch aufstehen lassen da kommst du immer ran komme ich immer ran jetzt natürlich nicht wenn da gerade das sackerl steht aber da ist mein waschmittel zum beispiel drinnen du kommst denn auch mit den beiden noch tiefer rein oder ich habe ich sitze komplett wie auf einem schreibtisch also ich habe du hast mir das erzählt am telefon da dachte ich mir na ja der nick das hier ist was ganz anderes als alles was ich je gesehen habe ja es ist auch kein reisemobil es ist einfach wirklich das ganze konzept steht und fällt damit dass es eigentlich wirklich für freelancer ist für sport begeisterte home office leute könnte zum war ich auch ein arzt seine rechtsanwalt könnte ein bauleiter sein das könnte schon mit dem auto kann ich sagen wenn ich jetzt grafikdesigner bin oder ich bin fotograf oder was auch immer gerade für fotografen ist es recht interessant weil oben gleich aussichtsfläche sogar jäger könnte es nehmen weil er von oben geschießen können aber du hast halt wirklich die möglichkeit du fahrst skifahren du fahrst klettern was auch immer und du kannst am abend deine arbeit machen fahrräder fahrräder geht dann halt nur außen mit fahrradträger wir haben jetzt auch eine eigene marke kreiert das nennt sich mule tech das heißt alles was wir an anbauteilen dann anbieten es wird dann auch mit dir noch ein video geben wir bieten jetzt dachträger an einmal einen der serienmäßig genau für dieses fahrzeug zugeschnitten ist eben mit der sitzbank mit der aufklappbahn es gibt einen reserveradträger hinten und es gibt auch noch einen einen boxträger auf der rechten seite und das wäre es wäre auch einen interessanten boxträger drauf zu machen dass du die fahrer da nicht gleich sehen kannst dass ihnen abschließen kannst das ist das einzige wo wir halt wirklich das hauptproblem haben mit der größe und der gewichtsbelastung hinten wenn ich einen alukasten bauer der so groß ist habe ich auch die sozusagen die tür den karbon verteilen ja ich meine was da muss ich sagen kostet die welt da kommen wir dann sogar ein bisschen an unsere grenzen genau stemmerkart auf bitte ja bauen wir hier alles noch mal zurück dass man sehen wie schnell das geht ja das ist aber die leute für die leute ist das ganz neu so was so was gibt es nicht am markt über nick so da da oben schaut mal kurz da oben ist uns noch der subwoofer das ist sony das ist ein ganz normaler bluetooth lautsprecher ich verwende aber nur diese weil das einfach super praktisch ist welche noch mitnehmen kann ich habe am anfang überlegt was fix zu verbauen aber nachdem ich ja auch viel oder hauptsächlich draußen sitze wir sagen immer bei den mules du lebst draußen du wohnst nur herinnen aus dem grund jemand der sich einen mule kauft der sitzt nicht hier herinnen der das war auch das konzept bei der planung ich wollte fünf positionen haben an denen ich alles gut machen kann und abschränkungen nach fünf positionen herinnen ich wollte duschen wie zu hause ich wollte am klo sitzen wie zu hause ohne dass ich mir die knie anstoße ich wollte kochen wie zu hause ich wollte schlafen wie zu hause und ich wollte arbeiten wie zu hause und das sechs meter und das auf sechs metern und das war eigentlich die kernidee an der geschichte ich habe absichtlich auf eine dinette verzichtet nicht nur steuerlichen gründen sondern weil ich einfach kein mensch bin der hier herinnen sitzen will auch wenn das wetter nicht so gut ist ich bin draußen ich bin immer bei meinen pferden ich bin immer in der natur ich bin kein mensch der vom fernseher sitzt und sich da jetzt jacken jacken hast du gesagt kommt noch kleiderschrank hier vorne das würde kürzer bei mir oben drehen dann oberhalb vom fahrerhaus ja da sind insgesamt momentan fünf jahren drinnen wir können es gerne rausnehmen das vollgestopft bis vorne da sind fünf jahren drin da sind fünf jahren wenn er glaube ich dir da ist also platz hast du nur ein großer regenreitmantel also vier wie würdest du die durch das hier kann man durchladen ist kein problem ich kann das hier aufmachen aber jetzt ein faltrad würde auch gehen oder es würde wahrscheinlich sogar ein normales fahrrad reingehen aber es ist halt dann hier erinnern aber aber jetzt ein kleines gibt ja so winzige falträder dass das würde gehen ohne probleme ich muss dazu sagen der kofferraum wir haben ja noch nicht gesehen und ich sage absolut absolut kofferraum dazu oder der stauraum hinten hat auch seine maße nicht zum zufall die maße von dem kofferraum sind so gemacht dass vier fest tool system am boden stehen können vier fest tool vier fest tool system dass die am boden stehen können wenn ein handwerker zum beispiel so ein fahrzeug haben möchte es passen entweder diese hinein oder es passen zwei euro boxen nebeneinander hinein auf einem meter höhe oder wenn ich will und das habe ich auch schon gemacht kann ich auch eine verpackte waschmaschine einladen und auch diese noch fahren weil das war auch für mich ein punkt wo ich gesagt habe ich habe ich so einen riesen auto und ich möchte dann vielleicht einmal waschmaschine tauschen die vielleicht doch zu hause ist weil es wird nicht jeder in dem auto wohnen so wie ich dann will der vielleicht einmal etwas transportieren und deshalb musste das reinpassen also auch der kofferraum ist nicht dem zufall überlassen die maße sind alle extra berechnet hier hast du noch was besonderes gemacht du kannst nämlich hier das werden wir gleich sehen an die oberen schränke wahrscheinlich auch ran wenn das bett wenn das bett unten ist das zeigen aber gleich jetzt bett haben wir noch gar nicht gezeigt das machen wir gleich du hast rollschränke drin die nespresso ja die ist übrigens auch serienmäßig schon im preis inkludiert also weil ein büro ohne kaffeemaschine das geht nicht du bist aus wien muss man sagen ist der gute nespresso also ich bin zufrieden vor allem es ist halt für das mobile heim recht praktisch weil es ist einfach einer der kleinsten maschinen und ich kriege sie leicht unter ich liebe einen frisch gemahlenen kaffee aber sind mittlerweile voll auch recycelbar das schreibt eine nespresso selber drauf auf die kapseln wenn du mal gerade daneben auf hast da ist denn bären müsli ja da ist dann normal mein essens vorrat der momentan ein weniger schöpft ist weil ich gestern nur frisches gekauft habe im kühlschrank unterhosen unter welchen haben ja die ist dann dahin drin soll ich dir die marke zeigen die marke nicht aber dass die leute mal sehen also da sind strümpfe und so weiter wie oft eigentlich einmal die woche also ich war schon einmal einmal die woche das heißt du zusammen ohne probleme du sammelst alles dann links rechts man muss sich ja da schon ein bisschen ein bisschen reduzieren gegenüber vorher nein ich sage so für mich reduziere mich eigentlich nur deshalb weil ich mich reduzieren will ich habe mich in eine art minimalismus zurückgezogen ich muss dazu sagen ich habe das kind eigentlich alles was man sich wünschen kann ich sage nur dazu es hat mich nicht unbedingt glücklich gemacht und deshalb bin ich irgendwann du bist aus einer reichen familie damals nein reich nicht aber ich sage wir haben ein guter mittelstand hat mein vater hat eine kleine firma gehabt mit sieben leuten das war sehr erfolgreich nein gott sei dank nicht erlebt noch so weit sind wir noch nicht und nein er ist jetzt 79 jahre aber hat vor einem jahr ist aufgehört und hat bis 78 gearbeitet ja mein vater konnte nicht aufhören die die österreicher ich sag's ja ja das ist auch die generation die generation ja das ist die generation aber ja er konnte nicht aufhören ich muss auch dazu sagen hast du noch einen bruder schweißer nein ich bin ein einzelkind ein verhätscheltes einzelkind na verhätschelt aber ich muss sagen also finanziell und an dem ist hat mir was gefehlt aber natürlich unternehmerfamilie mein vater hat sehr viel arbeiten müssen und hat mir natürlich wirklich auch viel ermöglicht das muss ich schon dazu sagen also was hat er gesagt zum auto hier für ihn ist das trotzdem noch sehr gewöhnungsbedürftig dass man da herinnen wohnen kann also mein leben ist sowieso ein wenig ab vom schuss wie es traditionell wäre dementsprechend aber er hat es mittlerweile akzeptiert und und ganz ehrlich das ist eines der schönsten autos die ich gesehen habe das sage ich danke aber aber spricht mir voll aus der seele weil ich sage als freelancer wenn du alleine bist du hast jetzt keine familie hast du eine freundin ich habe jetzt wieder eine partnerin ja und ich muss sagen ja ich werde doch mal mit oder ja die wird jetzt auch dann ein paar mal mitfahren ich muss dazu sagen es ist ja vielleicht nichts ja auch absolut nicht geplant nicht einmal ansatzweise geplant aber eigentlich habe ich jetzt für mich entschieden gehabt ich bleibe jetzt alleine und machen mein ding aber dann kann es dann doch sie ist ja es hat sich sehr spontan ergeben und hat mich selber fallen aber das passt ich bin sehr happy unterwegs war das war auf einem reitstall auf dem reitstall cool ja dann sag mal gibt es noch irgendwelche überraschungen hier was was ist unter der noch eine überraschung die wahrscheinlich auch nicht so gängig ist genau wenn du mal ganz so lieb ist das noch mal ein klappst dann haben wir das klein ja ja dann sehe ich dich noch mal komplett wie gesagt ich wohne ja hier vollzeit herinnen und was mir halt sehr wichtig ja und deshalb habe ich mich entschieden ein zentral saugsystem einzufahren und der saugt auch wie zuhause das ist der hersteller von das ist jetzt ein Dometic Dometic ja und ich muss sagen ich bin super happy damit also es ist einfach das fahrerhaus und alles super aber leicht damit reinigbar der langt auch der schlauch bis vorne der sechs meter lang und ist auf die ausziehbar auf zwölf meter also du kommst normalerweise an jede ecke auch außen du kannst außen sachen reinigen also mit der länge traue ich mir sagen kann ich sogar beim nachbarn sagen gehen wenn es darum geht das heißt du kannst den saugdienst aufmachen ja wenn gar nichts mehr geht dann und der und der schlauch ist wo den schlauch haue ich immer nur zum strom rein dort ist ja nicht im weg ich wollte nämlich eben schon fragen was ist das für eine klappe da so jetzt liebe leute dahinten was ist da ganz oben da ganz oben auch nur wieder wäsche wäsche ok so da kommen wir mit nick jetzt kommen wir zu mir jetzt gibt es eine sensation denn du wolltest schlafen wie zuhause hast du eben gesagt ja liebe machen wie zuhause das wird mit der höhe ein wenig schwierig aber aber es geht es geht boah ist das genial 1,40 m 1,20 m breit und 1,90 m lang so und da hast du tageslicht wieder ja und das ist eben auch einer unserer gründe warum wir halt auch ein wenig teurer sind wir verbauen wie gesagt ausschließlich klaus hühnerkopf dachfenster und fenster und ich muss sagen was der klaus hühnerkopf mit den dingen er ist schon ein bisschen ich meine du kennst ihn ja rennt rum immer mit dem zollstock ja aber ich muss sagen ich habe mit ihm persönlich noch nicht wirklich viel kontakt gehabt nur mit seiner sekretärin aber ich muss wirklich sagen das fenster ich bin selber eingebaut so happy nein ich habe es nicht selber eingebaut das macht alles der michael bei uns und der philipp nein aber das war nicht er der klaus hat sich ein nein der klaus hat wir bauen das selber nein wir lassen es nur schicken und das ist mörder dicht also ich habe schon mit dem hochdruckreiniger da oben herum gewerkt wie ein wahnsinniger weil wir so einen wüstensand hatten vor drei wochen erklär mal man kann stufenlos öffnen man kann es stufenlos öffnen es würde jetzt aufgehen ja ohne probleme wir können noch mal ich kann auch gleich so warte mal ich zeig mal gerade wieder darauf kommst denn du hast ja was überlegt bei mir ist der misst kübel genau dann ist kübel so wenn man gerade dabei sind sagt man bitte noch die zwei schubladen ja das ist bei mir halt mein flaschenschrank auch das ist vollkommen egal man hört es nicht rasch kernöl das gute grazer kernöl und steirische das ist das hier von einem lieben freund mittlerweile und und auch von einem geschäftspartner und lieferanten von caravantex olivenöl ist ausgezeichnet und ist auch muss ich dazu sagen also ich habe es hat lang gedauert das ganze ding zu planen aber ich muss auch ein großes lob an meine lieferanten aussprechen also wirklich caravantex imars so tolle leute caravantex caravantex er macht alle teppiche für jedes mobil auf maß auch diesen heizteppich auch diesen heizteppich er ist auch mein mittlerweile jetzt mein lieferant für den neuen boden den wir kriegen wir kriegen von norra einen kautschuk boden hinein der weitaus stabil ist es ist ein eigentlich ein klinik boden aber ich habe mich einfach jetzt dann für das also säure egal was du kannst damit machen was du willst vollkommen egal und es ist auch einfach gratzfester so man geglaubt wir bleiben bei dem weißer industrieboden war aber ich habe mich geändert ich habe das auch ausprobiert zu hause also es kommt definitiv an kautschuk boden ein so wie stark darauf ich steige hier auf das war's das war's länge vom bett 1 meter 90 90 90 warte ich komme zu dir dadurch dass ich bauchschläfer bin ist das für mich einfach notwendig gewesen weil ich nichts mehr hasse als wenn meine füße an einer mauer anstehen du bist bauchschläfer ich kann nicht mit füßen an einer mauer schlafen ist ja wer in gottes namen schläft am bauch du frage ich mich was gott gibt das ist der gas war ja wahrscheinlich das ganze das co2 was wir produzieren denn wir haben ja noch kein fenster offen du kannst dieses fenster das ist ziemlich genial komplett stufenlos verstellen du kannst es auch so gering machen dass man es von oben gar nicht sieht wenn später die reling drauf ist sieht man dann das fenster eigentlich nicht dass es wird sozusagen hier plan gemacht man sieht es eigentlich ja von oben würde man es natürlich sehen sieht man sieht man dann die klimaanlage ist eben unter der sitzbank versteckt okay und man sieht eben nur noch die platte obendrauf aber wie gesagt ich kann hier mache ich auf wir machen bitte teil zwei bei diesem fenster das müssen wir unbedingt machen es regnet jetzt ein bisschen dass wir die reling noch mal zeigen ja das auf alle fälle so und das sind jetzt die sterne kannst du es auflassen ein bisschen auch wenn es regnet es ist kein problem weil ich ja hier diese lüftfunktion habe das können wir auch jetzt dann gleich machen damit vielleicht nicht so du siehst ich kann diese funktion ich kann sehen wie das nah die lüftfunktion ist dann wenn man es zu macht hier ein stückchen weiter dreht dann ist es nämlich versperrt dann kann man es nicht öffnen da ist ein haken drin dann kann man es auch nicht aufbrechen und dann gibt es halt rollo fliegengitter eh klar also und was das allerwichtigste war und auch der entscheidungsgrund für dieses fenster ist es ein dreifach isoliertes glas und ich kann dir sagen ich habe es ausprobiert bei minus 15 grad und das schnee bleibt oben liegen und damit weißt du dass es auch der schnee bleibt oben liegen es ist wirklich irre also ich muss sagen dieses fenster ist auf jeden cent von diesen 3200 euro wert und ich würde auch nie mehr was anderes verbauen genau wenn du gerade fürs shooting gerade mal ein cooles dich dich mal gerade so irgendwie cool hinlegst cool hinlegen auch noch ja naja ich habe leider keine frau dann können wir einfach so abstützen ein bisschen auf deinem arm geht wunderbar also wie du siehst und jetzt mal und jetzt mal zu mir schaust genau so ist klasse super danke so dann kannst du hier oben aufmachen mach mal auf dann kann ich hier aufmachen ich habe überall doppelte doppelte gemacht haben kann fernse gucken laptop ich schaue eigentlich ausschließlich am ipad ja und das geht hier wunderbar und ich muss dazu sagen ich bin kein großer fernschauer also filme ist ja wenn ich filme schauen will dann nehme ich mir den beamer und eine stretch line war und im sommer mit und schaue eigentlich draußen so wie man wenn überhaupt also wie bisher ein auto mensch ich will eigentlich nur bei meinen pferden sein und in der natur ich brauche meine für meine tiere ich brauche meine pferde was ich auch toll finde ist wenn du wenn du jetzt alles aufmachen würdest hättest du noch mal optisch mehr raum das heißt es ist dann nicht so clean aber man schläft gut also ich schlafe ausgezeichnet ich muss sagen wie ein baby sag mal und runter was hast du hier runter gemacht lattenrost da ist ein lattenrost wie zu hause das ist wie zu hause es ist wie gesagt eine eine 8 cm schaumstoff und da ist man heizung meine heizung du hast eine heizung ja ich habe es ist in die matratze obendrauf eingelegt eine bettheizung weil im winter wenn die heizung voll rennt ist trotzdem da oben natürlich kühl und das bett ist oben ich arbeite und wenn ich dann ins bett steigen will dann will ich ein warmes bett haben deshalb drehe ich dann einfach die heizung auf halbe stunde vorher und ich steige in ein kuschelig warmes bett weil natürlich wie soll die wärme die warme luft jetzt zirkulieren nicht wenn das ist das isoliert ja genau das isoliert sehr gut weil mit 38 mm amoflex da kannst du es praktisch von außen ausschalten und einschalten ich schalte es von hier ein stellen wir hier die zwei stunden zum beispiel ein und schaltet sich so aus aber das ist auch der stromverbrauch sehr gering lächerlich lächerlich das kriegst du gar nicht von hersteller das ist von beurer beurer ok muss ich sagen bin ich aber sehr zufrieden und ich lasse es im schnitt nur 30 minuten laufen das heißt ich drehe es auf wenn ich schlafen gehen möchte und drehs ab wenn ich dann ins bett gehe und das funktioniert wunderbar so fahren aber hoch bitte ja dass wir das mal sehen auflagen kannst du alle liegen lassen nehme ich an ja das einzige den polster muss ich immer in die mitte legen und wenn ich das und das fenster dann mache ich schnell das fenster zu ja machen sonst vergesse ich dann fährst du mit offenem fenster das überlebt auch ich habe ich auch schon gemacht da könnte man aber auch natürlich einen kleinen sensor waren machen dass man das geht alarmanlage hast du drin alarmanlage habe ich keine drinnen man kann es auf uns haben das wäre ein extra ich habe es für mich nicht gebraucht wenn ich wirklich wo stehe wo es so unsicher ist dann habe ich dort eben die bügeln dann habe ich dort oben ein schloss hinein dann kann keiner von außen die türen aufmachen da muss es aufbrechen aber dann wenn er rein will kommt jeder in ein wohnmobil das ist einfach so aber ich sage mir so mit den fenstern die wir verbauen und mit den innen schlössern und da noch einmal abgesperrt ja alarmanlage kann man machen aber für mich war es nicht notwendig ich finde am schärfsten alles die waschmaschine die master volt der vollwertige ich glaube ich glaube du hast das wirklich das beste aus dem sprinter gemacht was geht oder ja ich weiß nicht ob es das beste ist es ist einfach für einen gewissen kundenkreis sicher das optimalste weil da mit vier leuten macht es keinen sinn aber es ist es ist ein ein bis zwei personen fahrzeug für mehr war es nie gedacht es ist wirklich gedacht dass jemand sagen kann okay er kann hier wirklich vollzeit arbeiten wenn er zu zweit fahrt kann einer hier schlafen gehen er kann sich den laptop mit nach vorne die klimaanlage du kannst vorkühlen ja du kannst ihn in sommerliche gefühlte mittlerweile ist ja bei uns auch sehr warm du hast was das betrifft einfach so alles wie zu hause ist das war dann die grundidee ich wollte es wie das feeling feeling als du eingestiegen bist warst du happy das erste mal losgefahren ist ich war sehr happy über ich habe über ein jahr geplant an dem ding weil was man halt alles nicht sieht und was man braucht bei den idealausbauten nicht ziel ist das fahrzeug ist auch ideal ausbalanciert vom gewicht es war nicht so einfach alles hinein zu bekommen aber dass es gewichtsmäßig auf beiden seiten ausbalanciert ist das heißt die batterien mussten hier sein weil die waschmaschine hier war weil der wassertank dort ist deshalb musste auch die beladungsmöglichkeit von wäsche und kühlschrank auf dieser seite sein und wäre mehr auf der linken seite zu schwer geworden also es ist hast du das entwickelt mit dem crd oder nein ich habe ich bin noch ein klassischer mensch ich habe noch alles auf millimeter papier gezeichnet ich brauchte aber 24 pläne bis ich wirklich den endplan hatte und ich muss dazu sagen das ist auch hier die große änderung es wird hier eine schiebetür kommen das heißt die wand wird verkleinert und es wird dann eine doppel schiebetür dass man einfach hier noch mehr raum hat weil einfach der der durchgang dann zu schmal kommen kommen wir gehen mal kurz raus denn das ganze die autotherm die luftverteilung ist sehr wichtig das hast du an mehreren ordnen fahrzeug gemacht ja die autotherm ist es gibt keine also es gibt keine stufe ein bisschen aufpassen wegen dem geben wenn ich mich runter fahre aber mal kurz dass ich nicht zu hart aufknall ans geht es kaputt nein wir bieten dann hier eine aufbaustufe an so das macht auch keinen sinn beim allrad muss man dazu sagen das ist das erste was ich verliere die boden freiheit und das war auch es ist auch hier man sieht hier den aluminium tanker ist genau plan das heißt es steht hier nichts weg das war uns ganz wichtig dass wir nichts an boden frei verliehen und es ist sowieso ein elektrischer ablass haben das heißt ich fahre über eine gulle treffung den schalter auf und es sieht auch nicht so brutal hoch aus also das ist ja auch so eine sache dass du weißt da total die leute die die tür vielleicht mich die tür zu natürlich ist es optisch sehr schön wenn man ihn noch einmal aufhebt ja ich traue mir aber sagen dass 98 prozent der leute mit dem auto dort wo sie fahren nicht an die grenzen kommen werden ich bin jetzt in salzburg über den pass gefahren wie wirklich schnee lag wo jeder lkw stecken geblieben ist hatte sperren bin es hat nur die elektronischen sperren aber die funktionieren gut die funktionen sensation also wirklich ich bin da drauf gefahren bei voller schneelast und es war und ich meine das ding hat doch dann voll beladen 3,8 tonnen und ich bin drauf gefahren wie es ob gar nichts ist und ich habe jetzt vor kurzem einen anhänger wieder ziehen müssen weil ich habe mein mobiles round pen das hat auch zweieinhalb tonnen das geht einfach ohne probleme und die leute die leute werden nicht feiern bitte schreibt einen kommentar wie ihr hier das findet und denkt bitte dran bitte jetzt nicht schreiben ich habe eine vier personen familie das aber teuer ich kriege ja auch ein was weiß ich ein sunlight für 40.000 euro ist was ganz anderes andere anwendung mobiles büro drin wohnen dafür war es gemacht und für nichts anderes ist es ist was ganz anderes fertig und auch die teile wie gesagt du schau wenn ich alleine bei den verschlüssen rechne dass meine verschlüsse kosten 50 euro das stück statt zu einem pushlock 9 euro das leppert sich zusammen und das ist halt beim gesamten fahrzeug du hast erzählt ihr könnt bis zu 500 autos bauen im jahr das wäre schön nein wir waren wir bauen im schnitt zehn fahrzeuge im jahr sehr schön also man kriegt auch eins lieferzeiten lieferzeit sind jetzt momentan dreiviertel jahr bis jahr viel schneller schaffen hast du schon eins ausgeliefert ein fertiges nein es ist jetzt gerade eins in planung was ich total klasse finde dieses minimalistische hier was du gemacht hast mit dem grau du kannst die türen komplett öffnen da da ist nichts weißt du somit plüsch oder irgend so nein ich schaue natürlich das plüsch hat einen gewissen vorteil weil es natürlich schluckt auch feuchtigkeit schluckt und auch ein bisschen schall schluckt was bei mir aber der punkt war es ist nicht so gut zu reinigen und ich wollte einfach so wie jetzt wenn es da regnet oder irgendwo die suppe runter rinnt dann will ich das abwischen können und das raptor ist natürlich der hammer das heißt du kannst damit durch den wald fahren da passiert nichts ja also ich kann jetzt zum beispiel sagen dass hier war eine eine container tür und das ist das einzige was du noch siehst und das war aber der zapfen von der container tür der mit voller wucht da drauf geflogen ist also es macht das ganze blech noch einmal härter und stabiler und so hat gegen das blech gehauen ja es ist scheißegal du kriegst keine tellen eigentlich es ist du kannst doch mit dem schien da drauf fahren es ist wurscht du tust das einfach wieder weg kribbeln ist aber nicht ganz billig oder der lag die lackierung kostet das ist bei uns als extra erhältlich und kostet rund 8500 euro ist aber auch jeden cent wert tag so werden es ist wahnsinnig viel aufwand es ist wie gesagt man muss es in einer trockenkabine dann trocknen lassen es wird jetzt nicht eingebrannt in dem sinn sondern es wird durchgetrocknet und das kann man ich habe das drüben in amerika bei ein paar fahrzeugen gesehen die das selber gemacht haben und die haben es schwer bereut weil es einfach nach drei vier jahren runter gegangen ist weil sie nicht gut durchgetrocknet haben so ich zeige es mal gerade also das wäre jetzt der ausblick wenn das bett oben ist dann kannst du es ja oben weg machen dann kannst du hier locker ein faltrad rein machen sogar ein falt e-bike würde gehen ja es ist wie gesagt ich kann ja wenn ich das alles herausnehmen dass ich noch meine systeme halt drinnen so und die fest tools davon fünf sagst du es gehen vier systeme also nebeneinander hintereinander das ganze geht auch noch einander und da passt noch ein dritter dazu also du kriegst fast der ganze werkstatt wir haben es ausprobiert sehr schön und dann kannst du halt wenn du den sitz vorne weg kannst du hier halt durchladen ist das genial so der sitz ist nach vorne das heißt du könntest sogar ein fahrrad mitnehmen das würde gehen ja du hast 2 meter 50 ladefläche durchladen also du kannst sogar du kannst sogar motorrad mitnehmen ein kleines also ich hab so ein kleines elektromotorrad ach so ja das wird sich wahrscheinlich ausgehen das riecht nämlich nicht das ist der vorteil ja man kann auch sicher noch irgendwelche üsen und was war hinten noch mal drin da ist bei mir wasser da ist meine schlauchtrummel da sind meine keile da ist mein induktionskochfeld noch einmal ein sony lautsprecher draußen das induktionskochfeld wenn du mal fisch ja ich koche ich koche relativ viel draußen sobald es warm ist nehme ich mein induktionskochfeld und koch draußen auf der tischplatte und es ist einfach super angenehm und dann habe ich halt noch mein ja reit und kabel zubehör das wird beim anderen dann wahrscheinlich eher was anders sein so dann hast du in usb ja das lampen ich sage zu die lampen das ist standard aber die funktionieren gut es funktioniert wunderbar das einzige was ich sagen muss wir sind auf der suche dass wir uns nehmen mit 2,1 ampere lade kapazität langsam ja mit einem per es ist einfach zu langsam ich muss allerdings sagen ich bin von der leuchtleistung und von dem biegen halt wirklich super zufrieden deshalb du hast überall die klavierbänder drin ja nicht überall wir haben sie eigentlich nur dort drinnen wie zum beispiel bei den türen auch bei der waschmaschine weil wenn man keine waschmaschine haben will und das ist auch noch ganz wichtig dann ist das ein großer hängeschrank weil es ja auch gedacht für büro menschen die auch einmal einen anzug brauchen und der will seinen anzug natürlich dementsprechend schön reinhängen das ist der staubsauger den ich ebenfalls auch von hier aufmachen kann und den schlauch hier reinstecken kann damit ich auch hinten aussagen kann und nicht immer nach vor rennen muss dann natürlich wassertank klar und ja dementsprechend halt noch ein paar kleinigkeiten und die absperrhanne für das gas starthilfe kabel habe ich trotzdem immer mit man weiß nie da sollte ich einmal zu viel ist der anlage draußen auftreten dann stecke ich halt schnell an meinem bordnetz so prima ja heute viel gelernt packt noch mal alles rein ich gehe noch mal kurz drum rum dass die lauter auch mal sehen das ist alles aus der praxis entwickelt das heißt hier nix ist zufällig hier also wenn jemand unbedingt fenster haben möchte geht das ist überhaupt kein problem wir haben wie gesagt dann hier und da zwei ja dann einen der seiten türe und eine eben bei der küche dann sind vier aber das argument ist alle zu machen kann ich bestätigen und der vorteil ist du stehst natürlich kein mensch kommt hier auf die idee dass das jetzt ich sag mal direkt ein reisemobil sein könnte weil die fenster einfach fehlen die fehlen sobald die fenster fehlen und du eine trennwand vorne drinnen hast du stehst irgendwo und dann ist das auch noch relativ einfach lackiert oder nur schwarz deshalb habe ich auch keine streifen drauf oder was gut die profis die wundern sich schon aber der der ist haben wir otto normalbürger der sagt auch die die heizung kennt man nicht das ist so nicht bekannt immer verbaut glaube ich serienmäßig außer mir wüsste ich jetzt gar nicht zumindest nicht in europa in australien wird es viel verbaut aber ich muss sagen ich bin super begeistert und du hast einfach halt den riesen vorteil dass du einfach du drehst das wasser auf und du hast warmwasser du brauchst nie den boiler warten bis der warm wird das geht schnell das geht innerhalb von vier sekunden habe ich warm was und wir haben jetzt und das ist auch der grund warum die installations öffnungen also unterm schreibtisch noch so offen sind wir haben ewig herum gedüftelt es kommt jetzt ein schalter ins badezimmer dass ich keinen wasserverlust habe das heißt wenn ich jetzt duschen will oder schnell abwaschen will drücke ich den schalter der öffnet ein magnetventil das drin zehn sekunden durch und ist sozusagen eine cirkulationsleitung die mir dann das warmwasser direkt schon an der an der entnahmestelle anbietet und ich sozusagen auch weniger wasser verliert weil die ersten drei liter die in den rohren drinnen sind verliert man ja die verlierst du und das will ich eben nicht weil wir haben nur 105 liter und deshalb wird es eben gibt es diese cirkulationsleitung und auch die warmwasserleitungen werden jetzt auch in zukunft isoliert so du hast vorne hinten rückfahr ich habe 360 grad kann man ist auch bei uns serienmäßig das auto wird nur in vollausstattung ausgeliefert kommen kann wir zeigen sie mal gerade drin das war einmal gerade zeigen der hat das große m-box drin ja es ist das große m-box drin es ist abstandsradar drinnen es ist an und für sich es gibt eigentlich kein extra beide sitze drehbar nein es ist absichtlich nur ein sitz drehbar man kann natürlich den zweiten auch drehbar haben allerdings bieten wir jetzt auch wunsch ein soundsystem an was auch in diesen hinein kommt ist wirklich ein high fidelity soundsystem weil das soundsystem ist wirklich übel also das ist eine katastrophe es ist nicht übel es ist eine katastrophe ich habe da selber einen sprinter wir haben es nachgerüstet phänomenal also ich habe jetzt eins drin von einem tollen lieferanten aus landau ja muss man dazu sagen wer das sich darauf spezialisiert hat klingt gigantisch mit subwoofer allen drum und dran und dann ist auch das serienradio klingt dann auf einmal richtig gut ja es wird bei uns auch sehr gut gehen und es kommt dann gl subwoofer in den sitzkasten hinein und zwei audio circle also ein doppel audio system der premium klasse also klingt dann toll ja ich bin sehr audio affin also ich liebe auch klassik und ich brauche dementsprechend nicht nur viel bassdruck sondern ich möchte eine gute klangqualität auch haben und das war eine walkie talkies zum reiten das sind meine walkie talkies die brauche ich wahnsinnig oft in amerika weil wir wenn wir cowboy machen uns verständigen müssen wenn wir die rinder zusammentreiben und ab und zu brauche ich eben auch da wenn wir im stall sind ist das recht praktisch und wie gesagt ich bin halt relativ viel in der natur also fernsehen ist bei mir eher nicht zu finden nick stell dich mal irgendwie dahin da machen wir ein abschluss foto das ganze heißt mule vans ich werde es auch noch mal verbinden wendet euch an nick er ist ein cooler typ wenn er dann nicht gerade bei seinen pferden ist wenn du nicht da bist ist da jemand der beraten kann an und für sich ja es ist der philipp dann noch da wobei ich allerdings sage ich bin eigentlich immer erreichbar also man reicht mich zu jeder zeit ja sobald ich internet habe ist es sowieso auch in amerika kein problem und dadurch dass wir auch nur zehn stück bauen können muss ich dazu sagen ist es nicht so dass man keinen termin findet mule vans das ganze wird sind dann wie gesagt auch geben in sieben meter gibt es auch es gibt den jetzt dann auch in sieben meter und es wird auch noch ein spezieller büroanhänger kommen der gedacht ist für bauaufsicht prüfstationen wo man halt zum beispiel dann auch drinnen nächtigen kann wenn man will jetzt hättest du dir auch ein kennzeichen holen können bewusst hast du dir keinen anton 4 nein er kriegt jetzt ein er kriegt das wunsch kennzeichen mule 1 allerdings wäre ich übersiedel gerade mit der firma auch noch nach oberösterreich problem ist er fällt ja noch mehr auf mit so dem kennzeichen so so ist auch vollkommen dezent aber er bekommt jetzt das mule 1 dann sobald ich fertig übersiedelt bin unsere produktionsstätte ist ja in der steiermark und bleibt doch dort aber mein firmansitz ist eben wie gesagt jetzt dann in oberösterreich weil es einfach näher an der deutschen grenze auch ist wo in der steinmark und zwar unten bei bechertzkirchen vielleicht komme ich ja mal vorbei jederzeit weit weg von graz circa eine stunde stunde von graz sehr schön vielen dank fürs einschalten heute der 31 märz 2022 einer der wirklich begeisternsten personen die ich je gesehen habe am sendezentrum von german television saanland fernsehen und saarfunk 1 danke fürs einschalten tschüss danke sven